Herzlich Willkommen! Schön, dass du hier auf meinen Kanal gekommen bist. Ich bin Sina vom Kanal Kekulo und ich liebe es, mich kreativ auszutoben mit ganz vielen Projekten. Und außerdem beschäftige ich mich viel damit, wie man bewusster leben kann, um einfach ein glücklicheres Leben zu führen und alles aus seinem Leben herauszuholen. Und um diese beiden Themen soll es hier auf meinem Kanal gehen. Also zum einen um meine Kreativprojekte, um so ein bisschen eure Kreativität herauszukitzeln, dass ihr vielleicht das ein oder andere nachmacht und damit ich euch ein bisschen ermutige, einfach Dinge selbst zu gestalten, damit ihr die Sachen selbst in die Hand nehmt. Und ja, wie gesagt, das zweite soll das bewusste Leben sein. Darunter kann wirklich alles fallen. Also was da für Themen alles kommen werden, kann ich euch jetzt noch gar nicht genau sagen, will ich auch noch gar nicht verraten. Lasst euch da überraschen und wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann klickt doch einfach hier kostenlos auf Abonnieren. Und wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr auch bei den Social Media Seiten vorbeischauen. Dann werdet ihr quasi ein Teil der kleinen Kekulo Community und verpasst einfach kein Video mehr. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!